Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben, Ausfall des Nockenwellensensors, in Bezug auf ein Video, das ich von einer einfachen Überprüfung des Ausfalls gemacht habe der Sensor der Nockenwelle, ich lasse Ihnen den Videolink. Der typische Ausfall des Nockenwellensensors ist, dass das Fahrzeug kalt ist, Sie Den Schlüssel drehen und starten, Sie den Motor ohne größere Probleme starten, aber dann das Fahrzeug stoppen. Bei warmem Fahrzeug neu starten und das Fahrzeug nicht startet, es ist abzuwarten, bis es abgekühlt ist. Nun, es gibt einige Modelle, wie das hier den Civic, einen 2004er Civic. Bei einigen Modellen, wenn der Stecker zum Sensor gelöst wird und Sie zwischen 10 und 15 Sekunden warten, drehen Sie den Schlüssel und der Motor startet, schalten Sie ein, die EQ sagt Ihnen bereits, dass der Fehler von diesem Teil kommt, aber es ist nicht gut, mit diesem Sensor zu gehen, da die EQ jederzeit die Parameter des gesamten Fahrzeugs kennen muss und vor allem die Position der Nockenwelle, denn es kann passieren, wie es bei manchen Fahrzeugen vorkommt, dass dann Der Motor Schaden rauskommt und man nicht nur den Nockenwellensensor wechseln muss, sondern auch diesen Fehler löschen muss. Und am Ende doppelter Aufwand ist, nun, da hast du das Video und gut, wenn es nützlich war, vergiss nicht, den Kanal